Die Sache ist halt die, ich brauche auch Helden, sonst... Tut das arg weh. Die Sache ist halt die Sache. So Sivan! Another day, Krypta! Halt! Anderezen! Die Autos sind jetzt halt ein bisschen... ...unpraktisch. Die Sache ist komplett! Refleschend! Die Glückwunsch ist nicht in der Karte. Ich serve mit Freude. Tax-Kollektor! Ich zeige die wilden Spiriten. Die Glückwunsch ist nicht in der Karte. Zwerge gebrauchen, die auf ihr Settlement ein bisschen aufpassen. Okay. Die Magier sind Instant Hits. So, jetzt wird es Zeit, dass wir auf der einen Seite mal die Karawane ein bisschen abbrechen. Nämlich indem wir an diesem Siegemarker hier mindestens einen Ballistatower hinstellen. Ich stelle da am besten immer drei Stück auf. Ich glaube, dann dürfte da so schnell keine Karawane mehr durchkommen. Zwerg sind zwar nicht so schnell erwachsen... Zwerg ist nicht in der Karte. Zwerg sind zwar nicht aller Einträchtigung. ...und sich zu hören. Und sich zu Liedern macht das Wache! Oh, das wird nur ganz einfach... ...unuh-�ch-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Oh, 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 oh. I serve with pleasure. This will be a quick minute of gold. My prowess is unmatched. This is all naffy fit. My prowess is unmatched. My prowess is unmatched. Praise Doros! No to Lunariatis. Praise Doros! That could have a problem. My prowess is unmatched. The energies of light. If I had my good hammer, you'd be sorry. My service ends. If I had my good hammer, you'd be sorry. Victory is none. So, sie fangen an, dem ersten Ballistaturm zu bauen. Sovereign! A building has been upgraded. One step closer. To oblivion. Er hat immer noch sehr viel Gold. Das ist nicht so schön. Who? Oh! ... mä. The Problem? I'm on my way! Victory's not in the card. My surviving. The heavy drone. ... certificate turned spring! 해야 bows wider! Estoitel01! My mesure! That's so cool! It's so cool! So, unser zweiter Marktplatz ist auch bald. Du kriegst erst mal eine Steinhaut. Die neue Gebäude ist komplett. Du bist der Herr. Die Räume ist knapp. Okay, er versucht es wieder, nur mit einer 400er Belohnung. Dieses Mal klappt es auf jeden Fall besser. Weil ich sofort das Dwarven Settlement gebaut habe. Als nächstes brauche ich aber mal mein Palast, also sobald das Ding hier abgegradet ist, brauche ich meinen Palast mal auf Stufe 3. Weil ich brauche mehr Tax Collectors, ich brauche mehr... Ich brauche viel mehr Servants. Da, guckt. Reinschuss. Mist. Mist. Ja, das ist... Das ist gutes Training. Und ja, wenn wir hier wirklich 3, 4 Ballistatürme hinbauen, die nicht angegriffen werden, sondern einfach nur das Gold abhalten... ...dann bin ich recht zufrieden. Weil ich glaube, so dürfte das ziemlich gut funktionieren. Und sie haben es wirklich die meiste Zeit nur auf mein Dwarven Settlement abgesehen, was sie nicht kleinkriegen. Oh, jetzt kommen wir wieder von den... ...aus den Richtungen Karawanen. Hm. Es kommen also doch hier und hier Karawanen. Das heißt, ich muss da auch an den Siege markern. Ah, da ist der Siege Marker, okay. An den Siege Markern was platzieren. Mir fällt immer noch ein Held. Hm. Aber ich werde jetzt erstmal meine Verteidigung hier ein bisschen aufbessern, indem ich die Gardhäuser, die ich sowieso schon habe, verbessere. Mist, ich habe meinen einzigen Zwerg verloren. Halb so wild. Sobald ich den Palast abgegradet habe und wenigstens die beiden Trade Roots abgesichert habe, dass er kein Gold mehr bekommen kann. Was mache ich? Verteidigung, ein neues Gebäude ist complete. Ernsthaft? Okay, ich muss noch einen da drüben hinbauen. So kann ich ihn vielleicht dazwischen denen durchtreiben. Ein bisschen. Ja, ja, wahrscheinlich immer noch 40.000, ja. Noch ein kalt, Ihre Majestät. So. Castle abqueden. Ihre Majestät, ein neues Gebäude ist complete. Okay. Hoffen, dass meine Auerarbeiter beim nächsten Mal wieder kommen. Da sind wieder zwei Karawanen auf der Seite aufgetaucht. Es tauchen immer in Abständen zwei Stücke auf. An zufälligen Punkten. Es können zwar gar zwei am selben Punkt auftauchen. Und ich sollte wirklich immer mit etwas Abstand zum Siegemarker bauen. So, ich verstärke mal meine Front noch einmal. Dann haben wir nämlich... So. So, mag das? Dann kriegen wir eigentlich bald... Das Geld zusammen. So, gut. Das dürfte jetzt abgesichert sein. Als nächstes können wir uns um das da. Für sowas sollte ich eigentlich dieses Magic... äh... Dope bauen. Wenn ich es überhaupt kann. So, da kommt wieder eine Karawane. Da sind es mal wieder zu viele Gegner gewesen für meinen einen Paladin. So, der bringt das das Geld rein, was ich brauche, um meinen Castle abzugraden. Castle, der Gold, your Majesty. Mhm. Wo bist du jetzt eigentlich hergekommen? wieder ein Ranger weniger. Leute, warum kämpft ihr da vorne? Da kommt eine Karawane. Da betteln sich die Paladine mit den gelben Viechern. Ah, da ist jetzt der Ja, kommt ruhig und greift an. So, Palast ist abgegradet, das heißt, es gibt jetzt wieder Ballistenarbeit zu tun. Evil has won. Agrella smith. My prowess is unmatched. Nariatus. Ja, ich weiß, wir konnten wenig Karawanen abfangen. Victory is not in the Karawane. My prowess is unmatched. Genau, die wird hier jetzt schön da durchgeschoben. Und wir haben sie abgefangen. Okay, ich brauche auf jeden Fall fünf pro Seite. Das ist gut zu wissen. Energies of light. Let Agrella Let Agrella Let Agrella Let Agrella Let Agrella Let Agrella help. Your Highness, we've improved the guardhouse. Your Highness, we've improved the guardhouse. There's no fiction there. There's no fiction there. Let Agrella help.